Moin und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Heute wird es ein bisschen mexikanisch, heute wird es ein bisschen japanisch. Wir machen richtig geile Tacos und zwar aus super Wagyu-Fleisch. Freut euch drauf. Ja, Fleisch, guckt euch das hier an. Ist das eine Marmorierung? Das ist der Hammer. Leckeres, richtig schönes Wagyu-Rindfleisch von den Berkelauen-Wagyus bekommen und vielen Dank dafür. Das ist ein super Stück. Der Hund findet es auch. Geh weg. Und ja, das ist, das ist, also zum Stück selbst, das ist ein Stück aus dem Nacken, ein Teilstück vom Teppanyaki-Cut. Richtig, richtig schön marmoriert und das wird richtig, richtig zart werden. Da freue ich mich so richtig drauf. Ja, unsere Mais-Tortillas machen wir uns selber. Oder die Mais-Weizen-Tortillas. Normalerweise braucht man dafür ein spezielles Mehl. Ein spezielles Mais-Mehl, das habe ich nicht, sondern in deutschen Supermärkten kriegt man eigentlich immer nur das Übliche. Das ist ein bisschen zu grob. Deswegen mische ich das im gleichen Verhältnis mit Weizen-Mehl. Mehl ist eigentlich relativ einfach zu machen. Ja, und hier haben wir jetzt unser Mehl. Einfach, nehmt euch, was die Menge angeht, einfach so ein Glas. Da füllt ihr dann einfach dieselbe Menge rein an Mehl und auch an Wasser und Butter. Also ein bisschen Butter habe ich schon mal etwas geschmolzen und gerade rausgenommen. Ja, die müsste jetzt gut temperiert sein. Geben wir hier mal mit dazu. Und den Rest an Wasser, dass wir also jeweils immer so eine Tasse haben, gegebenenfalls nachher nochmal ein bisschen mit Wasser oder Mehl nachsteuern. Dann geben wir noch etwas Salz dazu. Mischka, nein, nicht das Fleisch. Kriegst da ein Stück ab. Ihr fragt euch ja immer oder sagt ja immer, der Hund, der kriegt nichts ab. Doch, der kriegt immer was ab. Deswegen steht er ja auch hier und wartet schon ganz artig. Aber Mischka ist noch jung, muss noch ein bisschen was lernen. Hatte übrigens vorgestern Geburtstag und ist ein Jahr alt geworden. So, ja, du wartest schon, ne? So, und dann lassen wir es einfach ein bisschen kneten. So, so ist das Ganze fertig. Sieht noch ein bisschen bröselig und grob aus, aber genauso soll es auch sein. Es ist kein wirklich feuchter Teig. Ah ja, so fühlt sich das schon gut an. Den kneten wir noch einmal kurz mit der Hand durch. Und damit sich das Ganze gleich schön verbindet, legen wir den nochmal in die Schüssel, decken ihn ab und lassen ihn eine Stunde ruhen. Das ist relativ wichtig, damit auch das Maismehl so ein bisschen aufquellt und alles schön miteinander sich verbindet. In der Zwischenzeit machen wir einfach unsere Salsa schon mal. Da braucht man nämlich auch ein bisschen was. Die beste Salsa, finde ich, hat man, wenn man tatsächlich nicht alles einfach so zusammen mixt. Hups, wäre feiner fast runtergefallen. Sondern tatsächlich das Ganze nochmal ein bisschen mit Röstaromen versieht. Dazu unsere Tomaten hier rein. So, es duftet jetzt schon. Tomaten. Was lachst du? Ja, genau. Es duftet nach Tomaten. Das stimmt. Ich finde, Strauchtomaten, die riechen immer mehr nach Tomate als andere. So, ein bisschen Zwiebel brauchen wir auch noch. Ganz grob nur schneiden. So, die geben wir da einfach so mit rein. Dann haben wir hier noch ein paar Jalapenos. Auch die geben wir da mit rein. So wie sie sind. Knoblauch. Upp. Zack. Den verhängen wir vorher mal eben aus der Jacke. Leicht andrücken. Reicht schon. Und dann einfach so eine Handvoll da rein. So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knoblauchzehen, die wir da mit rein gegeben haben. Das sollte definitiv reichen. Jetzt würzen wir das Ganze noch ein bisschen. Ich nehme dafür ganz gerne Marihuana von Tante Tomate. Da ist nämlich unter anderem drin ein paar spannende Sachen. Libanesisches Chili. Petersilie, Rauchsalz, Hanfmehl, Hopfenblüten, Zitronengras. Also klingt echt super. Und da geben wir einfach mal ein bisschen was mit drüber. So, nicht sparsam sein. Und dann einfach ab in den Grill. Mittlere Temperatur ungefähr, also indirekte Hitze. Nicht direkt von unten anbraten, sondern insgesamt so ein bisschen backen. So. Stimmt, ich mache da hier. Ja, ungefähr eine halbe Stunde haben wir jetzt gebraucht. Mein Gott. Halbe Stunde haben wir gebraucht. Zwei Bier später und eine Runde Lachen darüber, dass ich den Geruch von Tomaten gut finde. Eigentlich hast nur du gelacht. Ja, war auch witzig. Ja. Ich habe erst gedacht, du hast was gebraucht. Ja. Nein, habe ich nicht. So. Das Ganze machen wir jetzt schön klein. Ich hoffe, passt das überhaupt hier rein. Sonst müssen wir das in zwei Mal machen. Was wir als erstes allerdings noch machen, ist den Strunk von den Jalapenos jetzt entfernen. Geht besser ohne Handschuh. Oh, das war heiß. Nicht den Strunk, nur die Stiele, sofern da noch dran. So, Jalapenos sind auch schon etwas weicher geworden. Oh ja. Ansonsten lassen wir alles so, wie es ist, dran. Und geben das jetzt mal hier in unseren Mixer, so wie es ist. Ja, ich mache das in zwei Etappen. Wenn ihr euch da weniger nehmt, dann macht das in einer. Hier haben wir noch ein bisschen Koriander. Nicht zu verwechseln mit Blattpetersilie. Sieht ja ähnlich aus. Da geben wir jetzt einfach mal so ein bisschen was oben mit rein. So, Deckel drauf. Und dann ab. Da geht's. Äh, ab geht's. Riecht sehr gut. Das füllen wir mal hier rein. Und lassen es etwas abkühlen. Und dann machen wir auch noch die zweite Lage fertig. Oh, fuck. Warum fasse ich die Pfanne an? Kacke. Boah, ich bin auch. Scheiße. Das war ganz schön heiß. Ich habe nämlich zum Schluss die Temperatur in dem Grill echt nochmal richtig hoch gejubelt, damit alles, äh, ja, tatsächlich auch noch ein bisschen Röstaromen kriegt und nicht nur so gebacken wird. Ach, das war heiß. So, jetzt in die zweite Lage gebe ich jetzt einfach, habe ich bei der ersten gerade nicht gemacht, noch ein bisschen Limendenzesten mit rein. Also ein bisschen was von der Schale. Gibt also auch nochmal einen schönen, fruchtigen Kick. Wir vermischen das gleich eh zusammen. Man sollte natürlich Bio-Limenden nehmen und die auch gründlich vorher abwaschen. Und die Runde zwei. So, zum anderen dazu. Ist natürlich eine ganz ordentliche Portion. Kann man sicherlich einige Tacos von machen. Aber man kann sich das natürlich auch noch in den Kühlschrank stellen und für andere Sachen verwenden. Oh, das duftet. Probieren wir mal. Einfach mal mit dem Finger. Mh. Oh mein Gott, der ist mit dem Finger da rein. Ah, lecker. Mh. Super. Richtig gut. So, und dann holen wir mal den Teig. Der ist nämlich mittlerweile auch so gut, äh, soweit. Da haben wir unseren Teig wieder. Der hat sich natürlich rein optisch nicht wirklich verändert. Sieht immer noch genauso aus wie vorher. Ist ja auch keine Hefe drin. Und da nehmen wir uns jetzt so kleine... Ach nee, Moment. Es gibt ja coole Geräte, mit denen man diese Tortillas falten kann, äh, flach machen kann. Die habe ich natürlich nicht. Deswegen, einen Topf wird es auch tun. Dazu habe ich hier etwas Folie, damit das Ganze nicht am Brett haftet oder am Topf. So, schneiden wir uns eben etwas auseinander. So. Dann nehmen wir uns hier so ein kleines bisschen... Oh ja, man merkt es jetzt schon, wenn man hier dran zieht. Also, es ist schon ganz anders geworden als vorhin. Es hat sich ein bisschen verbunden, richtig gut. So, jetzt eine kleine Portion nehmen, die noch einmal durchkneten. Da drauf. Und jetzt mal mit dem Topf ordentlich drücken. Tadah! Sieht doch gut aus. Kann aber noch ein bisschen flacher. Oder... Mann, hier ist das WMF-Logo drin. Also, quasi könnt ihr eure Tortilla-Fladen auch noch selber personalisieren damit. Das sieht gut aus. Übrigens, der Unterschied zwischen Tortillas und Fajitas und Burritos liegt darin, Das ist quasi eine Weizen- oder eine Mais-Tortilla. Wenn die gefaltet wird, haben wir einen Taco. Wenn die schon, ich sag mal, im Restaurant gerollt wird und befüllt wird und dann am Tisch gebracht wird, haben wir einen Burrito. Und wenn die am Tisch selber befüllt wird, haben wir eine Fajita. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ist alles dasselbe so ziemlich. Und, ja. So, jetzt können wir das hier, glaube ich, ganz gut nochmal gebrauchen. Können wir uns mal ein paar fertig machen gleich. So haben wir einen schönen Fladen. Zack. Und damit können wir dann auch schon direkt zur Pfanne gehen. Und dann backen wir die mal eben kurz aus. So, Pfanne ist heiß. Kein Öl rein. Einfach das restliche Öl, was sowieso in der gusseisernen Pfanne drin ist, nutzen. Und dann backen wir das mal eben an. So, lässt sich also auch anheben und drehen. Dann backen wir nochmal die andere Seite. Ja, fühlt sich gut an. So, unser Fleisch habe ich mal so lange in der Tüte gepackt. Das grillen wir jetzt. Freue mich schon so. Das wird richtig, richtig lecker. Wir werden es einfach nur mal kurz angrillen. Und dann ein bisschen entspannen lassen, ein bisschen ruhen lassen. Und dann müsste es gut sein. Welcher Hund kriegt Wagyu-Fleisch? So, ab zum Grill. Den Grill habe ich jetzt auf maximale Temperatur vorgeheizt. Und da geben wir jetzt einfach unser Steak mal drauf. Und grillen es erstmal ordentlich scharf an. Wenn ihr da so einen Flammenschlag habt wie jetzt, ist natürlich klar, viel Fett. Nicht nervös werden, gegebenenfalls einfach die Garzeit ein bisschen verringern. Also nicht so wie ein normales Steak, was vielleicht etwas mit weniger Flamme grillt. Sondern einfach nur ein bisschen kürzer machen. Und so sieht es doch schon ganz gut aus. So, mächtig Flammen, aber es sieht jetzt schon richtig gut aus. Der Grill ist jetzt noch vorgeheizt. Und da legen wir es jetzt mal da rein. Und lassen es noch ein bisschen nachziehen. Und da habe ich etwas Käse. Einen schönen Raclette-Käse. Den lassen wir einfach schmelzen. Der kommt da gleich mit drauf. So viel zum Poano. Ja, Steak ist fertig. Und es riecht so gut. Und ja, was nicht so gut ist, ist der Käse. Wenn man den nämlich zu lange drauf lässt, dann wird der, ja, dann trennt sich das so ein bisschen. Und es verläuft nicht mehr so schön. Aber ich habe gerade probiert, es schmeckt immer noch nach Käse. Und ist auch im Biss noch sehr, sehr geil. Also von daher, alles gut. Vielleicht demnächst etwas eher runter machen. Das passt dann schon. So, erstmal unser Steak anschneiden. Das schneiden wir jetzt in schöne Tranchen. Nein, Mischka weg. So, da guckt euch das mal an. Das ist so geil. So weich. Das lässt sich so schön schneiden. Herrlich. Ich habe es übrigens bei 51 Grad rausgenommen. Also Thermometer rein beim Indirekten ziehen lassen. Und dann noch ein bisschen warten. Dann machen wir da noch ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Mehr braucht ein gutes Steak nicht. Und dann haben wir unsere Fladen. Ich packe die gerne in so ein Tuch ein. Dann ziehen die noch ein bisschen durch. Werden ein bisschen weicher. Und lassen sich dann auch prima noch falten. Beziehungsweise biegen. Ohne dass sie brechen. So. Und so. Hier habe ich noch ein bisschen Tomate, Zwiebel und Gurke klein geschnitten. Und schon mal vermischt. Das können wir da gleich so mit reingeben. Aber erst mal das Fleisch. Zack. Gehen wir mal zwei Streifen hier rein. Dann geben wir ein bisschen was von unserer Salsa da rein. So. Etwas Käse drüber. Schön Käse da rein. Dann mag ich es gerne. Wie gesagt, wenn noch ein bisschen was knackiges, frisches da drin ist. Man neigt immer dazu, die Dinger zu voll zu machen. So. Hier haben wir noch ein bisschen Koriander. Nur ein bisschen. Ist genau deins, André, oder? Koriander? Ja. Schön in ein Stück Seife beißen. So. Und etwas Limettensaft drüber träufeln. Nicht zu viel. Und fertig ist unser Taco. Sieht er, ups, sieht er nicht geil aus. Da müssen wir natürlich auch nochmal probieren. Okay. So. Dann testen wir mal. Geil. Boah. Käse da drin ist auch mega geil. Oh, ist das lecker. Hammer. So lecker. Der absolute Hammer. Das Fleisch ist so saftig. So lecker. Richtig cremig. Da schmeckt man raus. Dazu gibt noch eine richtige Cremigkeit natürlich der Käse. Die ganzen Aromen von der Salsa und von... Es ist richtig lecker. Richtig lecker. Absolut geil. Probiert es mal aus. Und die Fladenbrote sind übrigens auch ziemlich gut geworden. Oder die Tortillas. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen freundlichen Kommentar. Gebt mir einen Daumen hoch. Und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Bis dann. Euer Rolf. Oh, lecker. Essen. Ich hoffe, ich habe es noch nicht. Vielen Dank.